Ah, Lightning McQueen. Buona sera. Ist mir ein Vergnügen, Francesco. Ganz meinerseits. Siehst sehr gut aus. Nicht so gut, wie habe ich gedacht, aber gut. Äh, stört sich's, wenn die ein Foto von uns machen? Ah, nicht bei den Freunden von der McQueen. Miss Sally flippt voll aus, wenn sie das sieht. Sie ist Lightning McQueens Freundin. Sie ist ein großer Fan von ihnen. Beko, hat ein guter Geschmack. Hook übertreibt gern. Ich würde nicht sagen, dass sie ein großer Fan von dir ist. Richtig. Sie ist ein Riesenfan. Sie schwärmt in einer Tour von ihren freistehenden Rädern. Kurz mal, was drüber zu sagen ist. Nicht gerade in einer Tour davon schwärmen. Francesco kennt ja bestens diese Reaktion auf die Francesco. Frau, mein Auto, was hat ja nichts zu verstecken. Ja, äh...